Ok, ok, ok. So, nur fliegen. Hier jetzt dann doch hoch. Was haben wir hier? Nix. Ist doch noch auf der Karte, was willst du denn? Was ist das jetzt? Was soll denn das? Warum schmiert denn der Helikopter die ganze Zeit ab? Ich bin noch mitten auf der Karte drauf. Ok, warte, mach den Chase. Transport hat er kaputt. Bleibst du stehen? Ah ja, ok, läuft doch freiwillig. Damit. Ich kann ja eigentlich mal gucken, dass ich vielleicht mal ein bisschen was wieder geskillt bekomme hier. Hm. Hab ich schon. Das darf ich noch nicht. Eine bewaffnete Eskorte. Aufgabe machen. Hm. 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 Nö. Fahre. Fahrzeug hat mehr Schaden aus. Ja. Welchen versetzen, das brauchte ich nicht. Frei zwei Außenpost ohne entdeckt zu werden. Da fehlt mir noch einer. Ja, das geht aber irgendwie nicht hin. Du kannst endlos sprinten. Das wäre aber nicht schlecht, aber... Da gehe ich irgendwie nicht hin. Guck ich fahren. Ich glaube, Panzer sind nur viel effektiver. Nein, das kann ich nicht mal machen. Achso, ich muss erst mal das hier machen. Äh. Äh. Ah. Das ist die Taste. Geht ja nicht weiter. Jetzt. Gut. Da stehen kann ich immer noch nix. Fortschritt. Haben wir eigentlich noch. Shangila haben wir bisher eine Mission. Hm. Okay, die erste zieht anscheinend nicht. Wir haben noch eine von Yogi und Rechi und eine von Longinus. Und ein paar Hauptquests. Jetzt. Hier ist die Hauptquest. Ähm. Das sehe ich gerade. Das war ja Sambal. Ist hier. Können wir eigentlich auch erst das machen, ne? Ich muss von da sowieso dahin. Ach komm. Genau. Wir folgen der Hauptquest. Man kennt vielleicht auch der doofe Helikopter nicht mehr. Ey, das ist doch nicht normal. Scheißteil hier. Das verhindert, dass sie zurückschlagen können. Ich will doch gar nicht. Weil sie gar nicht mehr angreifen. Wow. Ey, 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 ey. Wo ist der? Was ist das? Dieser scheiß Helikopter spackt doch auch rum. Ja, will ich mich hier wehren? Aber ich sehe die Gegner nicht mal. Was ist das? Das ist eine Hölle. Oh. 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 Das ladet die Scheiße schon schneller. Oh. maaaannnn Wo bin ich denn jetzt? Jo Geile Befreiung, kann mich mal, hier Jo, tschüssi Wart Ey Mann, der schießt doch eine Granate nach der anderen auf den Mistkerl Und den interessiert das nicht mal Die sind irgendwie zu stark gepanzert hier Jo Gibt mir mal was er, kann ich ihn nicht pundeln? Ach, Mistkerl Wo muss ich denn jetzt hin? Da Woll ich meine... Skills? Weiß ich gemerkt, okay Schon gedacht Oh, ich will nicht, die scheiß Waffe rechts Immer denselbe Mist Das ist schon wieder irgendein doofes Fahrzeug Ja, die gehören zu mir Ja, die gehören zu mir So, du kommst auch noch weg Ja, bist du zu blöd, dass du merkst, dass ich dir sogar helfe, ne? Was ist denn der? Ein Adler! Ein Adler! Ich sag nicht, dass es dieser Adler auf den ihr schießt Irgendwas, wie sieht mich die ganze Zeit alle an Da hinten Der ist aber Hilfe! Na Ja, einer von euch Unnützen Typen tot Der ist auch Kann ich auch plündern So Wieder kommen Munition hier Ah, da kann ich mal mit dem scheiß Jack Wow Ah! Boah, jetzt lass mich in Ruhe, du blödes Jack Verrecke Die Schroflinte ist ja mal total am Mist Du musst dich bei ihnen melden 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 Du gibst gleich einen hübschen Fußabtreter ab, weil ich jag dich jetzt in die Luft Blöder Mistkerl Ich will der mich ja voll umfahren Bring ihn um, bring ihn um, bring ihn um Ich wollte mich umfahren Hat der seinen eigenen Typen abgeflackert Wie geil ist das denn? Aber er hat irgendwie nicht funktioniert mit der Schroflinte Ich wollte den eigentlich auf den Tank Schießen Hat aber eben nicht geklappt Heiß genug Ja, damit komme ich da also durch So Na, kann ich Das Gewehr gegen die Flammenwerfer tauschen? Ja Dann facke ich jetzt auch mal ein bisschen rum hier Ja War nicht schlecht Haa, der wurde einfach von seinem eigenen Hä? Wer fährt denn da? Ja Dem Auto wird nicht gefahren Oh, jetzt habe ich einen unschuldigen Zivilist getötet Oh, das Auto ist immer noch da Ich habe eigentlich gedacht, das wäre ein Gegner Ah, die fahren dich aber auch immer um die Typen Das ist denen wurscht egal Ich muss nach Norden Den ganzen Mist Das ist total Außer Acht gelassen Aber die sollte ich mir jetzt ähm Auch nicht so als Hauptwaffe jetzt gerade nehmen Den Flammenwerfer Da ist was rotes Aber da scheint keiner drin zu sein Ja, da sind aber welche Ach so, das mal mit dem Flammenwerfer Ja, das interessiert ihn nicht einmal Geil Hab ich ja eigentlich gedacht Das hat doch voll drauf gehalten Das hat die nicht mal gejuckt Boah, jetzt mal ein bisschen heilen Mal ein bisschen heilen Feuer frei Okay Wow Hui Klappt irgendwie alles nicht so gut mit dem Flammenwerfer Ich glaube den lasse ich auch direkt wieder sein Was trifft mich denn da? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin ja hinterm Felsen Auch ein toller Spruch Ey, da fackelst du den ganzen Ey, da fackelst du den ganzen Feuer! Weck dir! Bewegung! Ja, komm Fahren! Was? Der lebt ja auch noch Mann! Das ganze Maga erzieht der ganze Baum fackelt ab Aber der überlebt das Dann haben wir fest immer den größten Driss So Zum Auto ziel klappt aber auch gerade gar nicht Ja, machen wir mal so Das sollte gereicht haben Was hat wieder... Wieder so... Ey, hau bloß ab Du Mistkerl ey! Boah ey, der wollte mich schon wieder umfahren Aber hier einfach alles so ne Lassen wir mal hier stehen Die ganzen Typen Mh, wurscht egal Das ist ja... Echt ne doofe KI Oh, hier ist der Typ den ich plündern musste Ist der da ne? Mann, 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 Mann Vielleicht kommt doch schon wieder so ein Bekloppter Was verdient Zumindest in diesem Karma Level gesunken Ich hab mich denn gerade gekillt? Kommt schon wieder so einer an Ey, sind ja nur Bekloppte hier Sollt die nicht so oft killen dann Ob ich nie kein... Das ist Karma Level immer nur kaputt Ja, das glaube ich auch immer mehr Es wurde geschossen Es wurde geschossen Okay, kommst du her Es wurde geschossen Hab ich das gehört? Es wurde geschossen Es ist ein Ego-Shooter, Mann Natürlich wieder geschossen Ich weiß immer noch nicht, wo ich denn soll Ey, guck mal Soll sogar dahin Ey, 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 ey Ey, 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 ey Nicht witzig Nicht witzig Ich Ich am Nachladen bin, ne Ja, ich trage nicht so lange Ich fange nochmal neu nach Scheiß Hunde Hau ab Gut, dass man wilden Tieren mit Feuer mal beikommen kann Weil das ne scheiß Waffe ist Ich bin schwer heilen hier Ich schreibe da wieder einer wegen dem Adler Ich schreibe da wieder einer wegen dem Adler Kann endlich mal wieder Snipern hier So, das ist ca. kein Gegner Ich dachte, das rote wäre ein Gegner Aber es war nur ne Pflanze Okay, alles gut Einen Händler hätte ich gerne mal wieder Einen Händler hätte ich gerne mal wieder Ein bisschen Ruhe Noch so ein doofer Köter Mann Was geht hier ab? Muss mal hier Ich wollte das ja mal genau angucken Warte, diese blöden gerüsteten Typen Was ist jetzt schon wieder los? Wo kommen die denn jetzt her? Oh ne Oh ne Was ist jetzt daneben? So Kopfschuss schnell geklärt Ich brauch dringend meinen Händler Der fuck jetzt wieder alles vor sich her Finde ich hier Finde ich überhaupt offen welchen Händler Ne ne Das nervt schon irgendwie Okay Nicht hier überhaupt Ne Ich schau wieder Ich glaub ich muss hier An der Stelle erst einmal zurück Ja Bär, mach du mal Komm schon wieder einer Hallo, Straßensperre Deine Leiche Deine Leiche Überlasse ich den Tieren Keine Garnate mehr Da soll er weiterfahren Was ist gar keine Emotionen mehr Muss doch irgendwo mein Händler sein Ist das einer? Ah, ich glaub das ist ein Händler Der hat mich gehört, dass ich ihn brauche Gut, dann muss ich nicht zurück Hallo Ah, ich bin ganz neu hier Kommen aus dem Süden So Jetzt tue ich erstmal diese doofe Schrotwaffe weg Äh, äh Höp Okay, hier Was nehme ich dafür mit? Den Sniper lass ich Der Klammerf, was misst den Bogen will ich jetzt gerade nicht Dann brauche ich noch eine Mission von Longinus Die mach ich sowieso Ich würd sagen Wir nehmen ein bisschen mehr Wumms mit So, seit mal verlassen wir Gegenstände, Heilspritzen Kaufen wir So viel wie wir können Hopp Ne, ich war nicht fertig Koppelpanzer, nehmen wir mit Schützenhilfen hab ich voll Kann ich nicht auch mal einen Sender Äh, einen Sender schon Benutzen So, Munition kaufen, ja Wo ich eigentlich schon Geld drauf Ja, das geht Davon profitieren wir beide Naja, mehr du als ich Du wirst die ganze Munition nicht umsonst kriegen Von den Jungen Töne 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 Töne